aber der winter kann jetzt langsamer abbauen zwar schön und gut dass man hier schnee hat ich habe gehört dass jemand ging die sind heute schon zweimal erwischt mit dem erschreck unglaublich sind glaube ich bisher nur die nackten die das ja ich glaube dass das passt doch bitte mit der linie jetzt schweife ich gerade ab das will ich nicht ja ich sag mal fluchtet mit den gräbern gerade gerade ja ich glaube das fluchtet gut und die werden die nicht rüber kommen vor allem kannst du nicht in der umgebung bäume fällen anstatt hier seitlich damit die wahrscheinlich 20 km runterrollen und ich könnte gern was unten in die kommentare schreiben ob ihr das gut findet so wie wir es jetzt gerade bauen oder eher nicht würde mich mal interessieren das ist mein allererstes großes projekt hier was bevor es oder allgemein son of the forest jetzt betrifft aber ich bin zufrieden wir könnten uns jetzt links nochmal überlegen ab wo wir anfangen zu bauen ich sag mal ein ziel vor ort hat der bis wohin so ab hier kann man drunter fallen ab hier können die glaube ich nicht hoch ich glaube ich nicht das heißt wir können ab hier beim stein ab hier beim stein ja 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 wenn wir ab hier oder hm ja kommt trautig aber wenn ich ab hier und da lang ich glaube dann ist besser wenn ich nur noch das hier machen ok das sieht von vorn auch noch gut aus passt er spielt gerne im schnee das sieht man warum kommen denn jetzt alle an also ehrlich gesagt habe ich keine ahnung wie viele ich von den typen schon getötet habe aber langsam reicht es ich brauche schon gar nicht mehr fahren ich gucke einfach was was die hier in deren beutel haben wie ich da genau da war einer und das war kopf keine ahnung wo der andere jetzt war falls da ein zweiter war ja Oh, oh, oh. also lust zu kämpfen habe ich jetzt gar nicht ich will mal gucken ob ich den so hinkriege was ist denn da ist was macht dich weg das ist deine letzte nacht die du hier mit jetzt ist er sauer jetzt muss der sachen zu stören oder was warum ging warum ging der eine fall gerade durch sein auge hindurch und er ist ins nichts gespawnt hast du in deinem linken auge irgendwie parallel diese maske es ist die maske warum rennt er zu stehen aber das fand ich gerade ein bisschen merkwürdig weiter ohne witze geht mir nicht auf den sack ja was ist alles gut ich pass auf dich auf alles gut ja aber ich muss unser zuhause fertig bauen kannst du nicht mithelfen und achtet mal drauf guck mal wo Kevin ist da ganz hinten weg 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 oh mein gott hast du mich erschreckt jetzt wir haben es geschafft jetzt hast du schon wieder angst oder was ist doch gar nicht wenn ich glück habe und ab hier bäume fälle vielleicht bringt heftig da irgendwie hin alter das ging bis zu meinem zaun hin das ist so geil gemacht so da ist Kev oder Kel und was ist so welche welche viecher werfen euch am meisten wenn ich die nackten sagt er spielt definitiv ein anderes spiel zu 100 prozent spielt er ein anderes spiel die baumstämme da sind da gibt es hier ich bin oh shit es sind oh mein gott es sind mehrere dicke da oh architekt habe ich echt schon so viele ja ist noch gerade ich bin mal ich bin gleich wieder da lauf noch weiter gegen das kommt macht den bauch klatscher oh nein es ist ein boss wieder da ne doch nicht es ist ein normaler ich muss kurz nach hinten wieder weg jetzt sind nur noch ein dicker naja kommen wir erstmal hier weiter den holen wir uns jetzt schon wieder ich sag ja wir brauchen gar nicht mehr looten so die kleinen sachen habe ich ok weiter gehts hi ja das mauer sein ich brauch mein hammer zum reparieren passt ich glaub das passt jetzt wieder wir machen da weiter sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran ich will hier auch langsam mal fertig werden projekt zaun oh das ist das ist ja sehr sehr nett ähm ähm ok trotzdem danke scheiße ich brauche mehr baumstimme von ihm also irgendwie kann man den echt nicht gut gebrauchen Calvin ist manchmal echt total unnötig was ist das denn jetzt waren wir zu krass also das war gerade ein bisschen ungewohnt hat ihm jetzt einen schaden abgekommen oder zumindest ein bisschen also langsam ist es nicht gar kein problem wenn er dachte gerade das kann ich aufgeben aber das ja menschen so wie viele baumstimmen oh man also keine ahnung wie lange machen wir das jetzt schon eine stunde ein bisschen ein bisschen schief ein bisschen boah und das ist nur der zaun ja und dann kommt äh das haus die pfeilen und so weiter und so fort boah aber ist nicht mal aufgefallen dass da bisher noch gar nicht so viele bäume gefehlt haben also ich hätte jetzt echt gedacht wir brauchen mehr dafür ich hoffe ich erwische die frau nie okay ob das jetzt doch noch passt mit dem äh mit der linie wir gehen hier mal weiter ran da das heißt wir müssen weiter da hin ne das ist zu viel könnte vielleicht doch passen ich muss schon wieder lebensratter spielen wer wird ausbluten so die harte arbeit macht sich aber am ende mit zeit so Lieber weggehen, wenn ich die Bäume fälle Jetzt kommt die sonst nicht zugute Nicht, dass die Achseformer direkt in der Kopf ist So, jetzt nochmal gucken Wenn ich von hier Ich hoffe, wenn ich gerade durchmache, dann komme ich genau da an Wo ich hin möchte Kev Oh mein Gott, verpiss dich doch einfach, Mike Oh Was habe ich denn da gemacht? Ha Ich versperre dir den Weg, damit du hier gar nichts mehr kriegen kannst Und da planscht irgendetwas Jetzt ist das Geräusch weg Wahrscheinlich ist irgendwo ein Baumstamm oder sowas irgendwie reingepackt oder so Und deswegen kam das Geräusch Die Baumstimme erreicht mich aus, die er hat Vielleicht drei Bäume noch? Oder vier Das spielt sich doch noch ein bisschen größer aus Boah, das ist voll abgebreit Ah, schön hierbleiben Oh, warte mal, da ist noch einer Danke Boah, und das Ergebnis schauen wir uns gleich an Ah, die mag ich So, vielleicht reichen die ja jetzt Ja Diese Stunde Arbeit Die, äh, Kelbe gemacht hat Ja, ein paar Dinger sind das Am besten Ich gebe euch einen Tipp Gibt ihm die Aufgabe Genau dort, wo er sie ablagern soll Wer macht er das nicht die ganze Zeit? Oh mein Gott Oh mein Gott, ich muss gleich noch Noch Oh Mann Ich will endlich fertig sein Das ist echt anstrengend Das ist richtig belastend hier Ich will endlich fertig sein Das ist die Bombe Da könnte ich tatsächlich recht haben. Wir dagegen gelaufen ist gerade so von wegen, was denn dort geht. Sind noch irgendwelche Bombschirmen, ja? Jo, wir haben es geschafft. Safe. Ich wusste gar nicht, dass hier noch so viele liegen. Boah, ich dachte, sie hilft mit. Boah, wäre das geil gewesen. Wir können auch, fällt mir gerade ein, wenn wir Bäume fällen von draußen, können wir die Baumstämme einfach rüberschmeißen. So, bevor wir das hier zu machen, gucken wir uns das Ergebnis an. Und dann sind wir erstmal fertig für heute. Schaut es euch an. Das ist, das ist unser Zaun. Die müssen wir alle anspitzen. Und dann werden wir halt die übelste Hütte drauf bauen und so weiter und so fort. Wir werden auch ein bisschen was über den Abhang hängen lassen. Ich hoffe, das geht natürlich. Wird auf jeden Fall ein echt Schnee gewinnen. Und natürlich hier das gesamte Feld voller Fein. Definitiv. Definitiv. Du kommst jetzt nicht mehr raus. Wird das jetzt erstmal zumachen hier. Okay. So. Komm. 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 Eben, eben ging es doch fast. Okay, aber wir wissen, wo wir es hin platzieren müssen. Geht so gerade nicht. Gucken. Passt das? Ja. Perfekt. Ich habe gesagt, perfekt. Sehr schön. Ach, wie geil ist das denn? Ja. Arbeit ist getan. Wir sind soweit erstmal geschützt. Nice. Dann. Passt das erstmal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann. Bis zum nächsten Mal. Ziemlich. Da. Tschüss. into. Absalom. Alle im